Hallo, mein Name ist Annika Henkelmann und ich freue mich sehr, dass Du hier bist. Manchmal verlieren wir mit der Zeit ein wenig aus den Augen, was unserem Körper, unserem so wertvollen Tempel wirklich gut tut, was er gerade braucht und auch, was ihm schadet. Wir verlernen dadurch immer mehr, auf seine Signale zu hören, manchmal so lange, bis er lauter werden muss und Krankheiten entstehen. Daher möchte ich Dich jetzt dazu einladen, Dich in Selbstliebe wieder voll und ganz mit Deinem wundervollen Körper zu verbinden. Setze Dich hierfür an einem ruhigen Ort aufrecht und bequem hin. Deine Hände liegen auf Deinen Oberschenkeln oder in Deinem Schoß, mit den Handflächen nach oben, um eine offene, innere Haltung auszudrücken. Forme mit Deinem Mund ein minimales Lächeln und dann schließe sanft Deine Augen. Du darfst nun alles loslassen, was eben noch Deine Aufmerksamkeit wollte. Dieser Moment gehört nur Dir. Atme Ruhe und Frieden ein und lasse mit dem Ausatmen alles los, was Du jetzt gerade nicht brauchst. Nimm ein paar tiefe und erholsame Atemzüge. Atme ein und aus. Atme ein und aus. Wiederhole dies noch ein paar Mal und genieße die Ruhe und den Frieden im Hier und Jetzt. Letzuhal. 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 Und nun höre einfach nur auf meine Stimme und verbinde dich dadurch ganz liebevoll mit deinem Körper. Dir wurde dieses Leben geschenkt. Du lebst in deinem Körper und dies ist ein Wunder. Du bist ein Wunder. Mache dir dies immer und immer wieder bewusst. Dein Körper leistet Tag und Nacht so unglaublich viel, damit du dich gesund und wohl fühlst. Nun atme liebevoll und in Dankbarkeit in deine Füße und Beine hinein und mache dir bewusst, was sie täglich für dich tun. Wie viel Zeit sie dich in deinem Leben bereits getragen haben. Nun atme in deinen Bauch hinein. Verbinde dich mit deinem oberen und unteren Bauch. Nimm wahr, wie sich der Bauch mit jeder Atmung langsam hebt und senkt. Und mache dir bewusst, was dein gesamtes Verdauungssystem, das Zentrum deiner Gesundheit, seit so vielen Jahren rund um die Uhr für dich leistet. Atme liebevoll in deinen gesamten Bauchraum hinein. Nun atme in tiefer Dankbarkeit und Liebe. Spüre in dein Herz hinein. Spüre deinen Herzschlag. Spüre die Kraft in dir. Spüre, dass du lebst und dass jeder einzelne Herzschlag ein Geschenk ist. Dann atme liebevoll ganz tief in deinen Brustraum hinein. Atme ein und spüre, wie sich dein Brustraum öffnet. Wie er sich mit neuer, frischer Energie füllt. Atme aus und entspanne dich mit einem Gefühl von Dankbarkeit und Frieden noch ein bisschen mehr. Nun atme in deinen gesamten Kopf hinein. Verbinde dich liebevoll mit deinem Mund, deiner Nase, deinen Ohren, deinen Augen und deinem Gehirn. Mache dir bewusst, was du dank all dieser Körperteile jeden Tag aufs Neue erleben darfst. Du kannst die Schönheit dieser Welt sehen, wundervolle Düfte riechen, Klängen lauschen, all die kulinarischen Geschenke der Natur genießen und mit kreativen Ideen dein gesamtes Leben gestalten. Und nun verbinde dich mit deinen Händen und Armen. Atme tief in deine Hände und Arme hinein. Erkenne und wertschätze, was du dank ihnen bereits alles in deinem Leben vollbringen und erleben durftest. Nun nimm deinen gesamten Körper gleichzeitig wahr. Spüre deine Füße und Beine. Deinen gesamten Bauchraum. Deinen gesamten Bauchraum. All deine Organe. Deinen Brustraum. Dein Herz. Deinen Rücken. Deine Hände und Arme. Und deinen Kopf. Und deinen Kopf. Spüre auch deine Haut. Die deinen gesamten Körper umhüllt und schützt. Atme tief und ruhig. Und spüre, wie dein Körper beim Einatmen jede Zelle mit neuer und frischer Lebensenergie versorgt. Und während du hier nun ganz ruhig und friedvoll atmest, spüre einmal ganz tief in dich hinein. Wie fühlt sich dein Körper an? Gibst du ihm jederzeit das, was er wirklich braucht? Bist du liebevoll und achtsam mit deinem Körper? Oder gibt es eventuell etwas, was du mit der Zeit ein wenig aus den Augen verloren hast? Übersiehst du manchmal, was dein Körper wirklich möchte? Was ihm gut tun würde? Welches ist dein persönliches Thema? Dein Körper spricht zu dir die ganze Zeit? Und vielleicht ist genau jetzt der perfekte Zeitpunkt, genauer hinzuhören und deinem Körper wieder all das zu schenken, was er braucht, um auch alles für dich tun zu können. Wie würde es sich für dich anfühlen, wenn du jederzeit voll und ganz mit deinem Körper verbunden wärst? Wenn du jedes kleine Signal von ihm ganz achtsam wahrnehmen würdest? Wenn du dich gesund, vital, kraftvoll, leistungsfähig und voller Leichtigkeit fühlen würdest? Wenn du deinen Körper mit jedem Detail akzeptieren und lieben würdest? Stell dir vor, du würdest jetzt und hier bereits in deinem Wohlfühlkörper leben. Tauche tief ein in dieses wundervolle Gefühl. Wie fühlst du dich? Ah, ja. Nein. Ja. Mhm. Lege eine Hand auf dein Herz und nimm dich ganz wahr. Spüre die liebevolle Verbindung mit deinem Körper. Und verinnerliche die nun folgenden positiven Affirmationen. Solltest du während des Hörens eines Satzes eventuell einen inneren Widerstand spüren, ist das völlig in Ordnung, denn genau dies könnte ein Signal deines Körpers sein. Also höre gut hin. Ein- und ausatmend beruhige ich meinen Körper und meinen Geist. Ich genieße eine wundervolle Verbindung mit meinem Körper. Ich höre jederzeit gut auf die Signale meines Körpers und meiner Seele. Mein Körper ist kraftvoll und stark. Mein Körper ist gesund und voller Lebensenergie. Ich nehme nur Nahrung zu mir, die meinem Körper gut tut. Ich bin liebevoll und freundlich zu meinem Körper. Ich bin von Herzen dankbar für meinen gesunden Körper. Mein Körper ist mein Freund und wir sorgen gut füreinander. Ich ändere, was ich ändern kann und ich akzeptiere alles, worauf ich keinen Einfluss habe, aus Liebe zu meinem Körper. Mein Körper ist mein Körper und mein Geist sehr eng miteinander verbunden sind. Ich wähle nur positive Gedanken, die mir Kraft geben. Ich lasse zu, dass Liebe meinen gesamten Körper durchströmt, ihn reinigt und heilt. Ich lege deine Hand. Ich lege deine Hand nun wieder ab. Konntest du spüren, wo du in Bezug auf deinen Körper wieder etwas liebevoller und achtsamer werden darfst? Was möchtest du? Was möchtest du tun, um deinen Wohlfühlkörper zu genießen? Was möchtest du ab heute in dein Leben integrieren, ändern oder auch loslassen? Atme tief in genau diesen Körperteil hinein oder auch in deinen gesamten Körper. Nimm dich ganz wahr und genieße hier noch ein paar erholsame und ruhige Atemzüge. Musik 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 Und dann spüre langsam wieder die Unterlage, auf der du sitzt. Bewege deine Hände und Arme. Bewege deine Hände und Arme. Du kannst dich recken und strecken, folge den Impulsen deines Körpers. Musik Und wenn du so weit bist, dann öffne jetzt deine Augen. Musik Nun bringe deine Hände vor dein Herz, sodass sich die Handflächen berühren. Musik Senke deinen Kopf und bedanke dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit für dich und deinen wertvollen Körper genommen hast. Musik Schreibe mir sehr gerne in die Kommentarfunktion, welchen Impuls du hattest und was du ab sofort vielleicht noch aktiver für deinen Wohlfühlkörper tun möchtest. Musik Alles Liebe für dich, Namaste Musik 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 Musik